Santicore ist ein dunkler Ort. Verbrechen, Korruption, Mord. Doch das war nicht immer so. Lass uns Santicore wieder in ein Paradies verwandeln. Erstelle einen Helden im neuen Dark Fantasy RPG. Heroes of Santicore und Sorge für Gerechtigkeit. Erlebe Kämpfe in Echtzeit und eine Story, die dich in die dunkelsten Ecken deiner Seele blicken lässt. Heroes of Santicore. Ab sofort für PC und GameStation 7.